Liebe Leute und herzlich willkommen zur allerletzten Folge von Left 4 Night 2 Wir sind übelst motiviert und sehr traurig, dass wir hier schon sterben sind Ich bin schon super tot Hä, du warst doch galt lang draußen, als ob hier direkt der Tank kommt Ja, also um nochmal zusammenzufassen Wir sind richtig motiviert, wir sind so traurig, dass dieses Spiel vorbei ist Mann, Mann, wir trauern dem so hinterher Ja, gut Einfach schweren Herzen sind wir jetzt hier am Ende Und das ist einfach so traurig Also, muss man schon eine Träne für dieses Spiel vergeben So schön hast du das gesagt Ich bin auch fast zu Tränen gerührt Aber ne, es geht wirklich ein Kapitel zu Ende, wo mein erstes war Auf YouTube Das ist schon was Besonderes, ja Ich bin mal gespannt, was uns hier in den letzten Level noch erwartet Kannst du dir sagen Und dann ist die Kampagne tatsächlich durch Wir kommen irgendwo hin Wir müssen was drücken Und dann müssen wir einfach nur noch warten, bis die ganzen Tanks kommen Und dann hauen wir mit irgendeinem Transportmittel wieder ab Junge, wie kaum Woher weißt du das denn? Du bist ein Wahrsager So Hier oben ist wohl nicht ganz richtig Ich glaube, hier unten war der Pfeil Da müsste man lang Ja, runterspringen wir da? Oh, ne, Hilfe Na, nicht hier oben runterspringen Oh, ne, ich glaube hier, ne Ja Firestorm kriegt dich da alles ab, Alter Ja, kass Das ist gleich löschen Da bin ich hier unterdankbar Oh, klar Entschuldigung Das ist doch recht, Luis Trau dem Frieden nicht Denn ich und dieses Spiel werden nie Frieden haben Oh je, was ist das jetzt? Ah, für frische Luft, nice Das ist so kalt draus Aber dann braucht man unbedingt auch frische Luft Ah Nice Boah, was denn jetzt? Ah, ein Heelpack, sehr gut So, was jetzt? Wo müssen wir uns selbst defendern? Versteh ich es nicht ganz Versteh ich nicht ganz Kommen wir denn hier? Acht Hier hoch, oder was? Jetzt hier noch irgendwo lang Hier sind voll viele Heelpack's Das ist kein künftes Zeichen Na, ich mach uns einfach mal, ne Schau dir nichts So Gott Komm schon Francis Hier hoch, oder was? Und dann Hä? Hier runter Okay Oh ja Also ehrlich Keine Privatsphäre mehr Immerhin frische Luftbahn kacken Heugabel hab ich hier Ist mir hier einfach wartet, oder was? Ist richtig? Na, dass mir hier unsere Zeit verschwende Ich denke aber, oder? Stop writing, start shooting Ja, warum, oder? Ach, die Mariet Zum Abschluss nochmal Guck mal, willst du ne Heugabel backst? Die hab ich hier noch einmal im Spiel gesehen Echt nicht? Ich hab sie schon benutzt, aber die ist kacke Ich mag die nicht so Nee Oh Nice Wir müssen ja anscheinend wirklich nur warten, oder? Ach, hier Hier unter, oder was, ist dann das Boot, wo uns abholt? Oh, ich kann hier zum Leuchtturm gehen Ich glaub, wir müssen hier runter Irgendwie, oder? Ach, nö Das ist Bugs Wo ist denn der Freund und Helfer? Der erreicht mich nicht Der erreicht mich nicht Der erreicht mich nicht Hat er dich erreicht, Bugs? Wenn, dass du das Level mit uns beenden möchtest Oh, das Boot kommt Also, Jaruna ist auf diesem Wege nicht Du musst da einen anderen Weg finden Beende es für uns Oh, was? Oh, was? Oh, nicht so ne Oh, das ist jetzt ein Witz, oder? Welcher Generator? Ich kann ja Was war der? Toll, das ist jetzt in Feld, ne? Was für lang? Oh, starke Leistung Oh, was? Oh, man Immer Wirklich Firestorm, Firestorm Drei Optionen Die man immer machen kann Immer irgendeine Kacke auffüllen Oder irgendeine Kacke verteidigen Ist so unkreativ, ne? Da hätte ich Spiele kriegen können Er ist Du machst das Meine Kirche Guck mal, wir gucken jetzt nur gespannt Aus deiner Perspektive mal zufassend Was du immer gewünscht hast Wir kennen ja nur deine Ja, richtig Deswegen Was ganz Neues hier Das war nicht alles für unser Zuschauer Mache in der letzten Folge Geplant Wollst extra vom Tank Oh, ja Geschleudert werden Ja, abischt Ich dachte tatsächlich Das stirbt immer so schnell Und jetzt natürlich dann nett Guck mal, drei von acht Taschen schon Gleich Guck mal, drei von acht Ach, du Scheiße, nein Ich hab's in die Luft gejagt Ach, super Du bietest mal echt alles für die letzte Folge Mein Gott, Junge Ja, wirklich So, damit du hier deinen Spaß hast, ey Zünd nicht das Benzin an, ey Das ich gerade geholt hab Als ob er wirklich so viel Benzin In so einen Generator muss Kommt Hallo Das ist ja auch in der Regel Das sind acht Kanister Guck da mal Da ist schon ordentlich was drin Guck da mal diese kleine Tankding an Na gut Vielleicht erst die Hälfte Weil mir keiner hilft Das ist nicht so ein Laufbier Wieso hilft der mir nicht Ich hab das auch nicht Ich chill glaub ich da unten So ein bisschen am Strand Hab mal Pause verdient Das waren viele Läufer Das ist offen Aber Ich muss dir zwei alleine machen Bis du dann Mich unterstützt hattest Die erste Folge mit dir gemacht Die erste Folge Hab ich alleine gemacht Und die letzte vom ersten Kapitel Hallo Hallo Bill Hallo Hallo Ich bin gleich tot Es ist nicht zu glauben Alter Ich bin gleich tot Das wird nichts mehr Doch sei optimistisch Du schaffst das Junge Ich glaub an dich Die Zuschauer glauben an dich Schäber glaubt an dich Jordan glaubt an dich Kai glaubt auch an dich Jeder glaubt an dich Feierst du Du schaffst das Guck mal wie langsam der jetzt ist Francis Hast du noch was zum heilen Ja Healpack Unter am Strand Francis Na Jetzt guck mal Ist doch nett von ihm Drei Kanister Habt die Das faktische Junge Die sind aber gut versteckt Hier Dass man hier noch Weite Wege laufen muss Immerhin Das haben sie doch gut mit ihnen gebaut Oder Zögert einfach nur dieses Rottspiel noch weiter in die Länge Diesen Langen Weg da noch hinlaufen Wo ist das denn da hinten Alter was Ach scheiße Nein Ja da ist nur noch eins Ja super ihr Helden Was macht man dann Ja Junge ey War doch vorhin noch da oben Ach du scheiße Das ist echt der Knaller Ja Ja was mach ich denn Wenn ich jetzt hier noch einen hab Beten Dass noch einer Irgendwo auftaucht Ja Und dann Firestorm 7 of 8 So Ah guck mal da unten ist noch wieder Einer gejoint Da hasse ich so Extra für dich Deine Gebete wurden erhört Dann spaller ich nicht da lang Ja Mach das mit einer Mistgabel Und dann nimmt er den letzten Kanister Run Forrest Run Du schaffst das Junge Ja Ja Nice Sehr gut Und jetzt Spannend oder Hm Muss ich bestimmt nochmal zum Generator gehen Dann aktivieren Hm Das muss ich bestimmt nochmal zum Generator gehen Ach hier gehts zum Strand auf gutem Auf direkten Wege Ohne Runder zu springen Hahaha Oh no Hinter dir Ich herre Steps Hallo Oh der kämpfte oben noch mit dem Tank Du schaffst das verletzt Tom Kommt doch jetzt eigentlich du blödes Boot Hier machen Da kommt der Tank Alter ich weiß von der oben Der Tank kommt Hallo Ich guck dreh dich um da kommt der Tank Ah shit What Nein Alter Firestorm Nein Dieses blöde Boot Oh 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 Nein Ich schaff's nicht super Zwei Stück Warum kommt da zwei Stück Ja Schaff ich nicht mehr Du schaffst das Junge Ich glaube an dich Oh nein Oh nein Oh nein Scheiß Ey was ein Schrott Was ein Schrott ey Was ein Schrott ey Ja was war da jetzt Ich hab alles aufgefüllt Bill 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 Alter ich hab mich eben geheilt ne Das ist echt zum Kotze Ach Ach komm Alter 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 Guck da der Franzis an Was macht Franzis Oh Mann Ich will dieses Spiel endlich löschen Komm schon Kanister gib mir Kanister Wie viel Spezialinfizierte kommen dann hier Da kommt schon wieder Jockey angekrabbelt Alter Nein Komm mal ich komme Ach Firestorm Ich weiß gar nicht was ich sagen soll Aber so was das ist mit der Kanister das eigentlich mal los gehen kann Hallo wann sollen wir das denn jetzt hier anfangen Mensch Was hab ich erst Es geht es erst was wenn ich sterb Los geht's Stop Believing Don't break my heart Could never try Honey white games Oh Was Nee Nein Firestorm Ich komme Das ist ein Witz Das ist ein Witz Das ist ein Witz Das ist ein Witz Nein Oh Mann Was ist mit dir? Bill beeil dich Bill beeil dich Bill beeil dich Oh ne Bugs wo bist du? Ich feierst um Ich Lol Nice Nice feierst um Legende Legende Ich weiß nicht was ich sagen soll Oh Junge du bist so toll Jetzt reicht es mir hier aber Kein Leben mehr ey Ich bin am Arsch Tito Hä? Nein Bill Wo ist der schon wieder? Dauert viel zu lang Mitten Bill beeil dich Bill beeil dich Bill beeil dich Bill beeil dich Nice Junge Alter Mann Beste Boah jetzt dauert es aber Es wird hier aber knapp Oh man ey Puh Oh ne, jetzt kotzt es mich auch noch an Mann Und ein Splitter noch Alter, ich komm nicht klar Ich bin tot Nein Nein Ihr macht das Nein Los Du schaffst das, Junge Du hast mir gehofft, jetzt helfe ich dir Bill Los, schnell Wir haben es gleich Der Ende kann ich so nach, wo ist er denn Bill Bill, wenn ich dich gleich heilt Jetzt bin ich tot Ach hier Bill Ich doch jetzt mal Das wird hier echt noch schwer Komm schon du scheiß Schiff, was ist denn das Problem Hier ist ein Healpack, Firestorm, hier ist ein Healpack Wo? Hier, hier komm zu mir Nein, nice, nice, nice Wo? Hier Das gibt's nicht Das gibt's nicht Das gibt's nicht Hä? Der Stein ist gerade ganz komisch geflogen Hä? Das sind wieder zwei, ne? Das sind wieder zwei das gibt es doch nicht mann ach man bleibt aber überall hängen im kack spiel einer ist tot oder scheiße das gibt es doch jetzt nicht ich hab nur die pistol das gibt es doch nicht jetzt achtung das gibt es ja ich bin doch ausgewicht ach kommen nein ich bin sofort tot es war ein firestorm nein das ist absoluter witz ne die sind so unfähig das ist kein marceder das gibt es nicht kein defibrillator der bild wurde zu dumm weil der smogers gilt erlebt noch der fassadens bestimmt alles wieder franzes das war mir so klar weil die so das ist doch nicht zu fassen das boot ist da das ist ja das ist ja das ist ja das ist ja klappt ich stand doch die ganze zeit da unten ey so ein witz scheiß auf die scheiß sowas von auf die die alter humpel doch schneller humpel also wenn es noch was kommt ne so ne jetzt mal ins wasser gefallen wärst da oben kommt der alter das ist das pfff gute idee alter der hat doch dich geschmissen ne ja ja guck dir das an die fassadens noch der hat doch einfach ja ja nice nice ja ja und wie endet das natürlich das firestorm am ende stirbt immer immer bei solchen sachen ach das tut mir so leid man das ist weil der bill vorhinter des smogers oh ja du hast doch ne errungenschaft gekriegt stark ja da merkt man es das spiel wenn ich noch nicht durch habe memory auf alle außer mich ach shit ach ach weißt du wir halten fest das spiel hat keinen sinn keine geschichte gar nichts und deshalb tschüss guck mir dann er stundenfahrt zwei levels gebraucht alter tschüss tschüss alles klar löschen tschüss ah schade left for that schade ach ach man naja jedenfalls um nochmal zusammenzufassen das war mein erstes projekt irgendwie war es schon cool aber am schluss hat es sich halt ziemlich gezogen wie ein cargo mit der niemals kaputt geht niemals auseinanderreißen lässt trotzdem bin ich froh dass ihr mich da durch diese ganzen left for dead parts und das sind jetzt 46, 47 glaube ich begleitet habt zusammen mit firestorm es freut mich das verheißen das auch mit mir durch gezogen hat und gelöscht klasse ja es war noch erinnerung als ich das erste video aufgenommen hatte hallo leute hier ist euer Bax ich heiße herzlich willkommen zu meinen eigenen Aufnahmen ich starte jetzt damit einfach mal ich habe mir schon viele Aufnahmen angeguckt ich denke das haben viele von euch schon gemacht oder auch Streams und ja ich will jetzt auch speziell mit Aufnahmen anfangen für meinen YouTube Channel einfach just for fun ich habe da jetzt mega Bock drauf bekommen inspiriert von hollyLP ich finde wie der das macht das ist geil gibt es nichts hinzuzufügen meine persönliche Meinung und ja deswegen habe ich da richtig Bock drauf bekommen und ja deswegen fange ich einfach mal an unschwer zu übersehen mit left for dead 2 so Diese the f die people Das weiss ich noch. Achja, naja, Leute danke für alles trotzdem, ich hoffe nichtsdestotrotz, es hat sich irgendwie toll noch durchspielen gelassen. Bugs hat mich wieder sterben lassen, Bugs hat mich wie das ganze Spiel über angezündet und gar nicht. Nein, das filmt überhaupt nicht. Natürlich hast du mich angezündet. Jetzt kommt der Flashback, der mich angezündet hat. Nein, überhaupt nicht. Der grüne Rauch auf einmal her. Ah, es geht schon wieder los, ich glaub's ja nicht. Oh, leider, leider. Ok. Ja. Ja, Feierstorm, ich habe ja noch ein Projekt Borderlands 2, wie ihr wisst, und da habt ihr bestimmt noch viel Freude mit uns. Und das wird dann demnächst weitergehen. Freut euch schon drauf. Left 4 Dead ist jetzt beendet. Ein für alle Mal. Und dann. Ja. Hören wir uns. Dieses Spiel wird nie wieder gespielt. Hören wir uns in den nächsten Projekten. Bis dann weiter. Ciao. Bis zum nächsten Mal.